Was ist ein Chatbot? Vorgelesen von Jade, der digitalen Assistentin. Der Chatbot ist eine Art Weiterentwicklung als Reaktion auf unser Kommunikationsverhalten. Niemand benutzt sein Handy heutzutage nur noch zum Telefonieren. Ganz hoch im Kurs der Kommunikation stehen die Messenger-Dienste Facebook und WhatsApp. Der Chatbot ermöglicht es einen Messenger so vorzubereiten, dass ein vorher einprogrammierter Text, je nachdem was der Chatbot-Benutzer eingibt, gesendet wird. Es entsteht ein richtiger Dialog und die Daten, die der Chatbot-Benutzer eingibt, können an den Besitzer des Chatbots gesendet werden. Chatbots sind sehr praktisch, weil für einfache Chats, zum Beispiel der Vorqualifizierung eines Kunden, keine echten Mitarbeiter mehr benötigt werden. Wer einen Chatbot für sein Unternehmen benutzen möchte, sollte vorher schauen, welche Portale Schnittstellen anbieten. Hier sind Telegram und Facebook die Vorreiter. Es gibt mittlerweile viele kostenlose Programme, mit denen man Chatbot selbst programmieren kann. Beispielsweise bieten CardFuel, PandoraBots und Smooch dies an. Wofür kann man einen Chatbot benutzen? Zum Beispiel kann man seinen Bloglesern anbieten, dass sie bei jedem neuen Blogbeitrag eine Nachricht im Messenger bekommen. Für Restaurantbesitzer sind Chatbots eine gute Möglichkeit, um Tische zu reservieren. Für E-Commerce-Betreiber bieten Chatbots die Möglichkeit Angebote zu senden. Auch als Linkziel für die Facebook-Werbung sind Chatbots mittlerweile ausgelegt. Coaches und Berater können ihren Lead-Magneten über den Chatbot ausliefern lassen und in Webinare einladen. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Möchtest du wissen, ob ein Chatbot auch für dich nützlich sein kann? Dann vereinbare ein kostenloses Strategiegespräch und bespreche es mit Josephine. Hier unter diesem Video findest du Links zur Webseite www.messengerboard24.de Lass uns gerne einen Daumen hoch für das Video da und abonniere unseren Kanal.